Willkommen zurück zu SimCity Build-It. Ja, wir haben ein bisschen Geld, ich habe die Straßen hier alle verbessert und tada, wir können die Meteoriten machen, nämlich da wurde was geändert, aber jetzt noch nicht. Ich mache erstmal hiervon eins, nämlich einmal das da. Und gleich kriegen wir auch noch einen Levelaufstieg, also ja. Machen wir das erst später. Level 18. Antippen, Fabriken, Donutladen freigeschaltet. Wussten Sie, dass Sie jetzt eine zusätzliche Fabrik bauen können, um die allgemeine Produktion nach oben zu treiben? Nö, wusste ich nicht. Aha. Ja, okay. Ich habe so viel Geld, ich mache das jetzt einfach. Und was? Noch keine 100.000 Bewohner? Komisch. Okay, Donutladen. Freigeschaltet. Donuts. Gleich mal herstellen. Zwei Stück. Oh, Obst und Beeren haben wir auch freigeschaltet. Okay, machen wir erstmal ein paar Häuser. Die Katastrophenherausforderung kann ja noch warten. Wie sieht es eigentlich damit aus? Ja. Ich kann leider immer noch nicht die Kernfusionsanlage bauen. Ist ein bisschen doof. Ja, es ist auch noch okay. Ist auch noch okay. Ja, das reicht locker. Feuer. Polizei. Gesundheit. Okay, es sieht gut aus. So, dann gucken wir mal, was ich brauchen. Ein Hammer. Okay. Ja, ich habe hier noch einen. Oh, und mal gucken, was die da brauchen. Gemüse. Ich habe kein Gemüse. Okay. Dann, ja, muss ich noch ein bisschen warten. Und beanspruchen. Juhu. Katastrophen auslösen. Katastrophengebiete neu aufbauen. Das könnte ich jetzt eigentlich gleich machen, aber... Ich fürchte, daraus wird erstmal nichts. Plastik. Ja, okay. Okay. Erstmal, erstmal ein paar Häuser machen. Stahl. Oh. Ich habe so einen. Aber dafür kann ich das hier machen. Farbe. Ich habe... Ich habe auch noch. Ja, es wird natürlich nicht das ausgewählt, was ich auswählen möchte, aber gut. Die Stadt wächst weiter. Krankenhaus. Ja, super. Einmal Mineralien. Oh, Donut. Habe ich nicht gesehen. Stahl. Stahl. Plastik. Habe ich nicht mehr. Donut. Ja. Okay. Jetzt bleibt es wieder spiel. Oder doch nicht. Dankeschön. Und ich würde mal sagen... Das habe ich vor kurzem bemerkt. Jetzt können wir 100 Sachen lagern. Ist schon ein bisschen cool. Zwei von drei. 284 Bewohner. Puh. 887. Wie mache ich das? Boah, die kennen halt fast das Doppelte. Erstellen. Und zwar gleichzeitig. Aber irgendwie will ich erstmal... Erstmal hier die hier haben. Ja. Die hat keinen Umweltverschmutzungsradius. Strand. Oh, nice, Leute. Wir können den Strand erweitern. So, was möchte ich denn da hin machen? Ach komm. Zweiten davon... Kann ja nicht schaden, würde ich sagen. Aber die großen Häuser kriegen davon irgendwie nichts ab. Muss ich die noch ein bisschen umsetzen. Oh, große Stadt. Über 100.000 Bewohner. Einsammeln. Nice. Mal kurz gucken, was jetzt noch fehlt. Holz, Plastik, Donut. Das, das, das. Oh. Ja. Also... Nägel habe ich gesehen. Ah ja. Und ich kann nichts weiter herstellen, was ich irgendwie noch bräuchte. Ich kann nichts mehr machen, was ich noch mal bräuchte, was ich noch mal bräuchte, was ich noch mal bräuchte, was ich noch mal bräuchte. Bisschen Stahl noch einsammeln. Zieht sich alles schön hin. Bevor ich dann eine Katastrophe mache. Ja, dann stelle ich mal die Häuser ein bisschen um. Ich glaube, ich mache jetzt mal kurz einen Zeitraffer rein. Bis gleich. Ich glaube, es ist ein mal alles Anthony. Und ich muss noch malantб Dustin, dann kann ich mal gucken, was ich noch mal Busch kann. Und ich muss noch malen Folgen. Ich hoffe, es will euch noch mal kurz ein paar Monaten Sleg mal zurück Ich hoffe, es wird Impact. Wir machen uns die Anidee über dissipation. Ich glaube, es geht weiter. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die Anidee über die Fer chiere, ait Saal, kann ich das inno spread. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Name-Programm hat sich irgendwie gerade verabschiedet, keine Ahnung warum. Oh, eine Minute noch das Plastik. Wo war das? Hier. Okay, dann warten wir noch kurz aufs Plastik, bevor wir da eine Katastrophe machen. Bleibt dran. Ah ja. Funktioniert immer noch nicht. Keine Ahnung warum. Mode, Beschäft, Glas, Wut. Ja okay, das schalten wir dann bei Level 19 frei. 15 Sekunden noch. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, reicht das schon? Ah ja, hierfür. Ja, machen wir mal. Ja, jetzt haben wir hier noch mehr Platz. Ich stelle dann gleich auch nochmal die Fabriken um, nachdem ich das gemacht habe hier. Oh, und das noch. Also. So. Das war's. Okay, ich kann hier noch eine Straße langziehen. Okay, ich hab's. Okay, ich hab' an. Das hier. Kann ich noch irgendwas machen? Nö. Kann man hier noch was machen? Naja, Katastrophen auslösen und Plumbob-Punkte sammeln. Da fehlt Gemüse. Ja. Oh, was ist das? Zurzeit nicht zur Verfügung. Sah das nicht vorhin noch anders aus? Komisch. Ah. Dankeschön. Da fehlt noch viel. Ja, okay, da fehlen die Schlösser. Gut. Kommen wir zum Highlight der Folge und auch, glaube ich, zum Abschluss. Und los geht's. Und los geht's. ... 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 Ja, okay, die Zähne wurde rausgeschnitten einfach. Okay. Machen wir das wieder ganz? Ja, und das kann ich nicht ganz machen. Also, ich kann's ganz machen, aber halt nicht ganz. Nein, danke. Da kann ich was machen. Hallo Bürgermeister, was für ne teuflische Katastrophe sollen wir als nächstes auf die Stadt loslassen? Verbessern Sie den Wutturm auf Level 2. 20.000. Ja, easy. Ausbau. Und? Wutturmstufe 2 jetzt geöffnet. Lfbm1 freigeschaltet. Dann, was brächt' ich dafür? Oh. Oh, schade. Ich kann's leider nur nicht machen. Paar Steuern einsammeln. Ach, Mann. 44. Das dauert nur ewig. Und da 41. Ah, schade. Ich hätte, ich hätte schon gerne, gerne gezeigt. Ja gut, ähm. Was fehlt denn hier? Plastik, Zement. Das kann ich nicht mal... Oh. Menge Holz. Wortwörtlich. Okay, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst unbedingt ein Like da und ein Abo, damit ihr nicht mehr verpasst. Und tschüss.